Ich lerne Deutsch. Nummer 13633 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Trotz der vielen Arbeit liebe ich meinen Beruf. Leider wird er schlecht bezahlt. Trotz der vielen Arbeit liebe ich meinen Beruf. Welche Berufsverbände sind in deiner Branche besonders aktiv? Welche Berufsverbände sind in deiner Branche besonders aktiv? Welche Berufsverbände sind in deiner Branche besonders aktiv? Nach der Ausbildung kann man als Buchhändler in einer Buchhandlung, einem Verlag oder einem Antiquariat arbeiten. Nach der Ausbildung kann man als Buchhändler in einer Buchhandlung, einem Verlag oder einem Antiquariat arbeiten. Nach der Ausbildung kann man als Buchhändler in einer Buchhandlung, einem Verlag oder einem Antiquariat arbeiten. Ich kümmere mich noch intensiver um meine Tochter, seit mein Mann mich verlassen hat. Ich kümmere mich noch intensiver um meine Tochter, seit mein Mann mich verlassen hat. Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Ich kaufe dort gerne ein. Am nächsten Tag sind beide wieder in der Bibliothek. Am nächsten Tag sind beide wieder in der Bibliothek. Am nächsten Tag sind beide wieder in der Bibliothek. Am nächsten Tag sind beide wieder in der Bibliothek. Am nächsten Tag sind beide wieder in der Bibliothek. rage STAFF directional Und gib uns bitte ein Like.